Wo kommst du denn? Hallo? Immer auf die Blumen! Was haben denn die Blumen angetan? Buff, ob immer du dich... Äh, ja. Was machen wir denn? Du gehst schon automatisch duschen. Und weil ich ja jetzt schon den... Ach, sag schon. Den Einbrecher gesehen habe und ich Angst habe, dass mein Hab und Gut geklaut wird. Was ich zwar nicht glaube, aber... Man weiß ja nie. Hallo? Wo ist denn das jetzt hin? Hier. Ich vergesse aber auch immer alles. Oh, das kommt schön. Ach, das kann... Hallo, ich will das jetzt raus machen, aber muss drinnen platziert. Wer ist das denn? Naja, kommst du dahin bei der Kuh? Hallo Katzen, ich bin wieder da. Ich will die Dusche jetzt kommen. Ah, meine Fische muss ich noch füttern. Hallo, Nuri. Ah, meinst du denn? Nur weil ich gesagt habe, Fische füttern oder was? So, mach mal hier, benutzen. Und dann... Was haben wir denn hier überhaupt? Einzelmal? Hm, nur mit Käsesauce. Was macht Mürmela? Beobachten. Ja, genau. Ja, guck dich die Fischis an. Jetzt guckt er mir wieder zu beim Essen. Genau, wenn man mir guckt schön zu. Nächstes Mal machst du es. Hä? Ey! Mein Sofa! Hör auf zu schlafen! Hör auf zu schlafen! Hör auf zu schlafen! Hör auf zu schlafen! Hier, ihr habt doch einen wunderschönen Kratzbaum! Da könnt ihr schön drauf kratzen. Was ist das also? Sitzen! Wieso? Was hast du denn gegen das Sofa? Weiß doch nichts! Du isst jetzt noch mal was? Ja, wegen mir kannst du jetzt schlafen gehen. So. So, genug geschlafen. Jetzt stelle ich dir den Wecker noch. So. Jetzt wird das mal noch ein bisschen trainiert und danach wird weiter geschlafen. So. Super. Ah, noch nicht mit der Hygiene runter. So. Ah, jetzt wird ein bisschen... Mich wundert es, dass der PC das so hinkriegt. Und bestimmt, weil so wenig Leute da sind. Juuu. Wat? Achso, weil sie fitter ist bestimmt. Ja. Oh, jetzt hier geht's los. Trainieren. Nein, wird jetzt nicht gestreichelt. Katze steht da. Schmusen. Schmusen mit Mürmel. Achso, deswegen will sie schmusen. Komm, trainieren. Upple. Klar, ich stehe auch auf und gehe gleich erst mal ins Fitnessgerät. Wie wär's denn damit, wenn du ein bisschen... Was? Du kannst ja ein bisschen was machen. So. Achso, abgespült halt. Wer hat denn hierhin gewischt... äh... hierhin gewischt? So, das kann's dann bloß doch noch sauber. Das Waschbecken da gefällt dir wohl nicht, oder was? Na ja. Soilbohren, Fische füttern, dann... äh... zu Abendessen... hier eine schöne Käse... äh... eine Käsesauce. Ja. Mh, lecker. Achso, deswegen trinkt er die Pfütze. Lori! Du bist der Futter... äh... der Dosenöffner, du musst halt leider mal durch. Zack. Abspülen und dann kannst du... Fernsehen gucken und dann kann... Gut. Warum guckst du Sportsendien? Hier, ähm... guck doch mal. Obwohl... Naja gut, du... äh... Du magst es. Also, lass ma's mal gelten. Mit der Katze. Beobachten? Nicht. So, und das komische Klinkadinkading hier, das tun wir doch mal woanders. Hier aufm Klo. Da stürzt niemanden mehr. Beobachten. So. So. Habt ihr Regenschirm... Dann benutzt den Regenschirm. Habt ihr. Das finde ich so schön, dass da nicht nur ein kleines Filmchen immer und immer wieder kommt, sondern immer und immer mal was anderes. Hier, wisch mal auf. Wisch mal auf. Wisch mal. Wisch mal. Wisch mal. Auch kannst du baden. So. Und danach kannst du dein Lichtbett machen. Nickerchen kannst du nicht machen, ne? Doch. Kannst du. Ich hoffe, ihr werdet euch mal einig katzen. So. Schlafen mit Schlauanzug. So. Und jetzt schläfst du noch mal ne Runde. Bis dein komischer Wecker da auch klingelt. Wieällt sie das rein? Ich weiß nicht. Hallo. Wir machen. Die Katzen haben sich auch sehr lieb. Hmm. Ich habe auch eine Idee, was wir mit den... Mit dem Blue mal machen. Noooo... Obst die mich immer zu verwelken. Da klingt doch bestimmt gleich der Wecker. Ja. Das Wecker ausstellen. Super. Ach, mit dem Wecker wäre doch schön. Ja, liebhaben. Knuddeln. Achso, das wolltest du sogar. Elli liebhaben. Dann hat man Elli lieb. Liebhaben. Knuddeln. So, dann wollen wir. Das ist ein Bäderling gefahren. Bip, bip. Ist aber auch immer der gleiche Sim da drin. Gut doch. Sie ist sehr, sehr motiviert auf Arbeit zu gehen. Wieso steckst du denn da hinten ein? Vorne sitzt mal jemand, oder was? Aber gut. Jetzt schluhen wir mal vor. Jetzt sind wir wieder nicht da. Jetzt gucken wir mal, was die Katzen wieder treiben. Nein. Gut. Jetzt schlafen. 50 Mal probiert die Tür hinzukriegen. So. Ja. Ja, du wurdest bis fünf Mal befördert gefühlt. So. Lori wurde befördert zu Streifenpolizistin. Du fährst im Streifenwagen durch die dunklen Gassen von SimCity. Ein gefährlicher Job, der nicht gerade gut bezahlt wird. Halte dich fit und verbessere deine logischen Fähigkeiten. Dann bekommst du vielleicht bald ein neues Abzeichen. Lori muss ab sofort von 15 bis 23 Uhr arbeiten. Lori hat heute 552 Simoleons verdient und erhält einen Bonus von 1104. Und da ist gerade Stinky Stinky wieder am Start. So. Ach Lori. Es läuft doch langsam bei dir. Brauchen wir nur noch den richtigen Kerl für dich. Dann noch ein Kind. Dann wird das schön. So. Was nehmen wir denn? Nur mit Käsesauce. Hat ja nichts anderes über. Was macht die Katze? Ach so. Die hat wieder ihre fünf Minuten. Hm. Oh, wie sehen die Katzen aus? Die Katzen sehen gut aus. Also besser wie die aus Sims 1. Bislang wurde auch noch kein Herd angefackelt. Das ist eigentlich auch wunderlich immer. Aber... Gut. Okay. Und jetzt haben wir sogar schon Winter. Schmusen. Dann schmus mal. Wo sind wir? Ach da. Dann schmus mal mit deiner Mietse Katze. Schmus mal mit deiner Katze. Aufbringen. Posieren. Okay. Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal. Yay. So. Das haben wir noch. Äh. Was können wir denn noch machen? Verschränkte Arme. Schneidersitz. Winken. Das ist Tadaa. Tadaa. Warte mal kurz. Entschuldigung, Nori. Äh. Viel besser. Jetzt frage ich mich aber jetzt nicht. Du kannst aufhören, Tadaa. Alter. Das ist gruselig, dass die dich dann auch angucken. Stacy, was treibst du hier? So. Abspülen. Und dann geht's ab der Luzi. Wie wär's denn damit, wenn wir mal chatten? Mit George, Rebecca, Manuela, Melissa, Fabiola, Abraham. Dann nehmen wir George. George hört sich gut an. Gehen wir mal ein bisschen chatten. Schade, dass Hector nicht drin ist. Oder ist Stefan? Auch kein Bock. Was hat sie? Achso. Spielen. Naja, lass mal spielen. Kann man nicht mehr betrachten. Ich hab einen Freund. Wo hab ich denn hier einen Freund? Sehen die Katzen du auch noch dazu? Nein. Familie, Beziehung. Haushalt. Alle. Naja. Tja, Katze, die ist leider sehr beschäftigt gerade. Hey, hey. Anrufen. Komm, wir rufen den Sim an. Zum Plaudern. Und dann nochmal mal den Napf sauber. So. Wen wollen wir da auch gewinnen, Hector? Ähm, nur plaudern erstmal. Hallo Hector. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Hat die wirklich gesagt? Hä? Hey, was machst du da? Das war's. So, ein bisschen Beziehung pflegt. Säuerboren. Stinkefutter. Äh, 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 äh. Äh, äh, äh. Dann wird das andere bestimmt auch gleich trickig werden. Warte, wie lange brauchen die, um den Napf sauber zu machen? Hm. Hat ich die Fische überhaupt schon so einfach gefüttert? Weiß ich gar nicht. So, und dann die Näpfe nochmal füllen. Zack. Und zack. Achso, wie viel Logik brauche ich denn überhaupt? Ach, da habe ich sogar beides. Vielleicht habe ich das Glück und bin dann gleich schon wieder befördert. Ach, ne. So, spüren wir mal vor. So, da-da-dam. Aber passiert aber auch nichts. Haben die sich jetzt gekampelt? Können sich nicht mehr leihen, oder was? Beobachten. Hm. Jetzt beobachtet sie die Katze, oder was? Und wie Mürmel da rumspielt. Der Blick ist heute das. Ist heute das, wenn ich die... Wenn ich die Gelegenheit dazu habe. Sie möchte mit Stefan befreundet sein. Ich dachte mit Heiko. So. Naja. Wir halten uns beide ein bisschen warm. Duschen. Wann muss ich denn überhaupt los? Ja, Wecker... Wecker ausstellen und Alarm deaktivieren. Wer ist das denn? Lucy! Wir haben das, was zu- Weil das mit einer Sähen mapping passiert. Ich binümüzungs 듯 Ende. Ich habe das, was zu angefangen. Ich werde ausüben, was mich ziemlich schön mit dem B Whitel Hayfluss versuchen, den an. Aper Werens знаете, in Berlin!